jo hallo leute herzlich willkommen zurück zu battlefield hotline wir sind wieder hier keine ahnung hier in der city ich habe die raccoon bei und ich möchte töten alter leute es ist dein ernst man es ist wirklich dein ernst hier gerade das war jetzt wirklich dein ernst oder das war ich mir die größte fail den man haben kann zählt als kill wenigstens wenigstens oder um leute was ist los mit mir los hier ich treffe ich nicht klar es fängt ja schon wieder mega an ihr jetzt kopfschuss hier gibt gehen dreulich ist da noch jemand darum kommt ich glaube ich habe das sniper verlernt ich muss echt wieder mehr sniper hier mollethoff erstmal dahin weil da hinten da sind und wo welche oh nein ich habe immer noch den den teaser bei den taser shit den muss ich unbedingt rausnehmen dann ist es hier so brutal da bringt ihr da überhaupt nix und kommen kommen die nehmen wir mal raus hier schnell also niemand dafür rein was ist denn das ist auch eine neue waffe für 60.000 keine ahnung kaum deswegen testen wir mal hier das ding testen wir mal hier ordentliche tarnung metallik rot ja cool kurz mal angucken hier hört sich schon mal geil an eigentlich also geil anhören tut sich auf alle fälle so dann gucken wir mal es geht wahrscheinlich eh böse für uns aus hier was vollidiot jetzt werdet doch nicht gleicher beleidigend wollethoff schön rein prügeln da und hier fahren sich immer noch ein paar gegner aber wo sind sie alle jetzt wo ich die sniper wieder haben weiß da kommt wieder keine sau junger ist echt gemeint du bist hübsch oder was du bist überhaupt nicht hübsch junge aber wir müssen uns teilen hier ist auch wieder jemand nein sieht doch gut aus aber wir müssen trotzdem weiterhin aufbauen warum sind denn hier so wenig leute warum zockt denn hier so gut wie keiner da ist jemand jetzt kommen sie jetzt kommen wir von draußen was bringt hier schon wieder alles oh shit oh shit okay wir gehen wieder zur anderen seite ey bringt jetzt nicht das pilte zum wackeln oh fuck oh shit so hell musst du doch auch nicht junge oh fuck das wollte ich nicht alter die sind überall nur nicht hier wo ich hin zielt das gibt's doch nicht oder das ist ja unglaublich oh da ist jemand da ist jemand da ist jemand ey warte mal die schießt nicht automatisch hab alter die schießt richtig schnell mann umhockt wieder keiner aber das snipe garantiert noch irgendwo jemand ich bin mir fast sicher wir müssen müssen wissen wo der typ da hinten der traut sich glaube ich nicht wir heilen uns wieder das ist auch gut da drinnen ne oh fuck 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 ist bestimmt ein fehler dass ich hier rausgehe bestimmt grob aber es war so klar auch heilung gibt gesundheit er gibt gesundheit herr junge ja ich habe sie gekriegt danke 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 leute wenn man euch aufzählen kann seid ihr da seid wie brüder laden achtesteil junge oh man ich habe ihn gesehen war das der typ der so rumgesprungen ist ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon da ist das dinge schon wieder zu ende oder was gibt es gar nicht hier das gibt es gibt es doch nicht kommt das bislang jetzt bist wir übertrieben lang benebelt hier oh da steht jemand glaube ich ne doch nicht wer da steht oh fuck oh mann scheiße jetzt treffen wir hier keinen mehr ich wollte doch mal jemand töten liegt des packets wir versuchen es hier jemand war jemand schon wieder zu ende man es gibt es doch nicht das kann es doch nicht geben hier 62 junge mann 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 so ein kack hier es geht viel zu schnell alles kann ja wohl nicht wahr sein als nächstes kommt die staubwüste naja die wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger gucken wir mal ich bedanke mich fürs zuschauen wir machen hier erst mal ein break wie gesagt schreibt mir mal ob ihr weiterhin battlefield hardline sehen wollt oder ob ich es ersetzen könnte durch vielleicht plant was ist zombies und so weiter und so fort denn das würde mir natürlich auch ein wenig arbeit sparen und ja weil ich habe das gefühl dass battlefield hardline nicht mehr so wirklich gesehen wird gespielt wird ja das ist ein geiles game finde ich nach wie vor aber irgendwie ist es tot leute lassen kommentar da unten daumen hoch wenn euch das gefallen hat bis dann tschüss